Nach der Explosion übernahm die Magistratsfamilie neue Körper. Dafür haben sie unsere Eltern ausgewählt? Nein, nur hat die Magistratsfamilie noch ein viertes Mitglied. Das dunkelste und gefährlichste von allen. Es könnte eines der Kinder sein. Kämpfe nicht dagegen, Anniko. Vor der Dunkelheit muss man keine Angst haben. Die deutsche TV-Premiere von Marvel's Runaways Staffel 3 ab 1. Oktober 20.15 Uhr auf Sci-Fi.